So, 3 ist Ausdauer, also nennen wir das. Geschwindigkeit, Persönlichkeit. Persönlichkeit wäre eigentlich nicht schlecht. Ich mach mal Willenskraft, ich weiß nicht warum. Und Intelligenz. Einfach so, ich bin da einfach gerade ein bisschen interessiert dran. So. Dann speichere ich nochmal. Was eigentlich Blödsinn ist, weil gerade eben ja eh in Autosave passiert ist. Und dann laufen wir doch wieder zurück. Das müsste hier in dieser Welt richtig sein. Genau. Dafür brauche ich mein Amulett des Wasserlaufens. Amulett of Waterwalking. 3, 15, das heißt 5 kann ich machen. Und dann mach ich das doch. So, jetzt muss ich bloß wieder den richtigen Weg finden und unterwegs nicht absaufen. Bam, bam, bam. Zack. Das ist eigentlich ganz cool, das Amulett, muss ich sagen. Finde ich jetzt nicht schlecht. So, jetzt falle ich gleich wieder ins Wasser. Bam, bam, bam. So. Hm. Eigentlich will ich jetzt hier ein bisschen hüpfen, aber es geht nicht mehr. Ah, jetzt geht's. Wieder. Und da sind sie auch schon wieder. Also mit 3 kommt man rüber, das ist gut zu wissen. So. Dann sind wir hier beim Lager der Ahemusa. Und ich brauche definitiv Gesundheitstränke. Ganz sicher. Ich würde gerne wissen, ob ich mit irgendwem von euch handeln kann. Vermute ich nicht. Vermute ich nicht, die weiße Frau ist hier. Dann gehen wir da doch mal rein. So, ich würde gerne mit dir reden. So, und ich würde gerne wissen, was mit den... ...mit den Aschkern ist. Wer ist Sheogarath? Ich würde gerne ein paar Tränke kaufen. Common Disease, Cure Potion, Restore Fatigue, Health. So, da brauche ich ein paar. Brauche ich ein paar? Nicht nur ein. Mann. Okay. Da handele ich jetzt nicht groß. Gut. Dann speichere ich mal schnell nochmal. Und sage mit dir... Hey. Erzähl mir nochmal was über Aldeutros. Blablabla. Accompany you. Have you made Aldeutros a safe place for the Ahemusa? Entschuldigung, ich muss hier gerade eine Zeit aufschreiben. Um, drei, sechs, fünf, vier. Um, have you made Aldeutros a safe place for the Ahemusa? If I may pass in safety to the old sanctuary and see the great statue in the inner shrine, then the place is safe for my people. If Aldeutros is safe, are you ready for me to accompany you there and test with our lives whether it is indeed safe? Very well, Bandit. Now I will accompany you to the Daedric Shrine on Aldeutros, and when you have brought me to the old sanctuary beneath the ruins, and I may see the great statue of Sheogorath in the inner shrine, then I will surely know, that you have made Aldeutros safe for the Ahemusa. And I will name you Ahemusa Nerevarine. Go ahead, and we will speak further before the great statue. Okay. Ich habe irgendwie ein ganz komisches Gefühl bei der Sache. Ich weiß nicht warum. Das ist einfach so ein Ding, wo ich sag, hm. Ja, komm halt mit. So. Wie sähe das mit dem Wasserlaufen aus? Da habe ich wieder vier Ladungen. Also vier Gebräuche. So. Jetzt erzähl mir was über Spellmaking. Cancel. Und wie kommt die kommt jetzt da rüber? Na ja, also. Ich laufe mal übers Wasser, ne? Was machst du? Ah, die läuft auch übers Wasser. Okay, du kommst mir. Oh, ich hoffe ich laufe richtig. Ich glaube, äh, hier ist besser, ne? So. Immer schön da lang. Genau. Einfach schön da lang gehen. Das müsste dann ja alles passen. Okay. Wir sind im Endeffekt schon da. Ich muss hier bloß noch hoch. Da kommt sie. Das ist schön. Wunderbar. Da ist es unglaublich schön. Dann kannst du ja jetzt mitkommen. Wo geht's denn hier sicher hoch? Bin ich überhaupt richtig? Ja, bin ich. Aber sie kommt hier nicht hoch. Das heißt, ich werde woanders hingehen. Komm, wir gehen woanders hoch. Ja, komm halt mit. So. Ich glaube, hier ums Eck kommt man nämlich besser hoch. Genau. Junge Frau. Huhu. Och man. Hat sich jetzt irgendwo festgepackt. Äh. Na gut Mal sehen, ob wir den mit dem Bogen runterkriegen Vermutlich nicht Na komm, stirbt Ja, jetzt stirbt schon Dann lächerlich Na gut, dann gehen wir eben wieder auf unser Schwert Lalalala So Äh So Finkatana So wollte ich das Jetzt hab ich ihm das Ding jetzt wieder angezogen F So Dich Dich Und Dich Und Dich Und Das Postkorps Und Okay Gut, ähm Dann gehen wir doch mal wieder auf das Amulett Bla bla bla, es tut mir grad zu verleid, ich weiß Ähm Nein, komm Er Zack Wir laufen hier ums Eck Kommst du mit? Genau Weil ich glaub hier hinten ums Ja, dann komm halt Ich glaub hier hinten ums Eck ist es nämlich wesentlich Nein, hier nicht Angenehmer hochzukommen Du bist Unterwegs Zu mir Zu mir Da ist es schön Okay Ja, komm mit So, dann brauchen wir da auch nicht mehr lange Das ist toll Wenn ich hier hochkomme, dann kommst du auch hier hoch Äh Äh Hier vermute ich wieder nicht So Dann lass uns doch mal hier runter gehen Hey, wo ist für mich? Äh Das bedeutet aber auch im Endeffekt, wenn die mich Nerevarin nennt Wenn ich hier rauskomme, dann werden die mich alle angreifen Hey, wo ist für mich? Hey, wo ist für mich? So, also Wir sind hier Ich speichere nochmal ganz schnell Und dann gehen wir mal hinein in den Schrein Okay Komm mit Hey, warte für mich Hey Hey Was natürlich immer passieren kann ist So Wir gehen in den innern Schrein Ich hätte nur bis hierhin säubern müssen. Ja, dann mach das doch. Und dass die Ahimusa dich folgen, in all things, even on to death, until the enemy is defeated, or until you are dead. Now, I can stay only briefly. Soon, I must return to Ahimusa-Camp and make preparations to relocate here. So, auf Wiedersehen. Das ist schön. Mein Inventar sagt, ich bin fast voll. Tees of Urshilaku. Und irgendwo hab ich den Madster und der Ahimusa. Naja, egal. So, ich red nochmal mit dir. Ich würd gern mit dir handeln. Was hast denn du für Tränke für mich? Gesundheit, Gift, Gesundheit. So. Schön. Haben wir die Aufgabe auch erledigt. Ich denke, es ist jetzt Zeit, eine kleine Aufnahmepause zu machen. Ich speichere mal einfach eine Runde. Eine kleine Aufnahmepause zu machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So. So. So.